Willst du mir etwas sagen? Nein. Was hat er denn gerade gesagt? Gar nichts. Ich habe nichts gesagt. Er hat es ja wirklich, aber er musste sich schon wieder, glaube ich, verknallten. Ich habe es ja schon einmal rausgefunden. Alter, Wayne, jetzt halt mal die Fresse, du hast heute schon echt genug gesagt, ja. Meine Güte. Dafür musst du die Aufnahme schneiden. Hättest du eigentlich auch mal die Fresse, oder? Ich mache die Aufnahme spannend, ey. Womit? Ja, mit meinen Kommentaren. Das denkst du, ey. Ja, das war jetzt deine Inkompetenz, du dummes Stück Scheiße. Ja, ich habe ja auch nichts gesagt. Ja, ich wollte es nur mal fragen. Warum sind die gleich wieder drauf los? Brabbeln, ey. Brabbeln. Ich brabbel gerne. Nicht so viel brabbeln. Ich glaube, du sammelst gerne mit deinen gebrochenen Fingern deine Zähne auf. Alter, aber du mal die Fresse, Junge. Du bist echt das größte Opfer in der Gruppe, wirklich. Du bist die ganze Zeit einen scheiß Senf dazugeben. Junge, ich schaff ihn nicht, diesen Sprung. Oh, ich erfahre gerade vom Physiker-Kino. Du hast ihn doch auch geschafft. Ja, das ist schon zweieinhalb Mal, aber weiter komm ich nicht. Weil der Sprung danach ist genauso wie ich. Ja, da hast du recht. Das ist echt scheiße. Scheiße. Alter, wieso ist er denn so absolut krebs? Er ist scheiße. Ey, der springt doch nicht ab. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn bloß mit dir machen, he? Was soll ich mit dir machen? Ah, Lian, ich habe schon mehr Challenges in deinem scheiß Leben gemacht. Ja, ein scheiß Leben trifft es ganz gut. Das ist es. Ein scheiß Leben. Ein scheiß geiles Leben. Ja, soweit. Deshalb solltest du dich auch einfach umbringen. Ja, dann könnt ihr aber bald nicht mehr zusammen zocken, ne? Ein kompetenten Stück Scheiß, Kinder. Das ist mir doch scheißegal. Das ist so reinbekommen. Dein Tod ist mir wichtiger, als zu zocken. Das ist echt so, Alter. Das sind doch zwei Sachen, die haben noch nichts miteinander zu tun, ne? Ja, ja. Und dann nach einer Woche, oh, jetzt würde ich mal so gerne Minecraft spielen. Ja, Alter, sag mal. Ja, Wain, wie viel kostet so ein Scheiß-Server, Alter? Die zwei Cent, ey, die bezahle ich doch ein Leben gerne. Du bist ja doch zu blöd dafür. Wenn du dafür tot bist, Mann. Das hat einfach keine Relation aus, oder? Ja, was ist denn? Die anordnen, das Kief, was im Gegensatz zu deinem Kopf hat auch gleich keine. Du brauchst gar nicht mehr so lachen. Dich will ich natürlich viel lieber tot sehen, als du, weil dann wäre der Server ja immer noch da. Ja, richtig. Cool. Ey, Junge, ich würde dich aber auch sehr gerne tot sehen, denn ein Araber weniger ist mehr wert als alles andere. Zumindest ein Immigrant, dessen Visum schon lange abgelaufen ist. Ich bin nicht mal Araber. Nazi. Ja, echt. Was ist denn? Das war einfach nur witzig. Das war da dann witzig. Ja, ist die Aufnahme gleich mal vorbei? Ich bin schon richtig gefressen. Ja, die ist gleich vorbei. Ich gucke doch eigentlich auf die Uhr, Alter. Ich sitze die ganze Zeit und gucke, wie lange wir noch aufnehmen müssen. Ist doch scheißegal, ey. Natürlich, du sitzt doch die ganze Zeit und fummelst deine Eier anrund. Aber nur mit einer Hand, Mann. Deswegen kann ich auch gerade das denn machen. Liebe Zuschauer. Lieber Zuschauer. War Donnerstag, 23.10. Was ist da? So ein Physiker-Kino. Das interessiert keinen. Gucken die Edge of Tomorrow, Wolf of Warstreet oder und der Melikus. Das ist das Scheiße. Oder die stehen zur Auswahl. Habe ich auch schon geguckt? Du geiler Hengst, ey. Wirklich ziemlich geil. Ich habe schon wieder 1000 Euro mit Apple-Aktien verdient. Ey, das gibt es doch nicht. Ich feile die ganze Zeit diesen Sprung. Ja, das interessiert keinen. So ein Opfer. Ja. Oh, danke. Ich war fast drauf. Da muss ich wie es. Da muss ich wie es die Treptors. Treptors. Ey, das gibt es nicht. Da springt alles Hand rum. Da springt alles Hand rum. Ups. No. Das darf er nicht. Ja, kannst du ja unter die Hörerung von das hin. Mach ich auch. Ja, wie sieht es denn aus? Wollen wir jetzt aufhören gleich? Ja, lass mal noch was halb machen. Wir werden ja ein bisschen später angefangen. Stimmt. Lass mal über die Uhrzeit reden, die die Uhrische Zuschauer eh nicht sehen. Für die Zuschauer, das sind noch vier Minuten. Das könnt ihr auch sicher in eurem Videoverlauf sehen. Ey, pass auf. In einem halben Jahr auf einmal hat das Video hier zwei Millionen Aufrufe, ey. Ja, so wie der Pornelz. Da denken wir so, Alter, das war unsere erste Folge. Ja, auf jeden Fall. So läuft das auf YouTube. Also läuft das wirklich auf YouTube. Läuft das echt? Deswegen ja. Es ist halt wirklich so. Man muss zuversichtlich sein. Man wird halt echt innerhalb weniger Tage, Wochen populär. Es ist einfach so. Als ob die Omres von Pete Smith wussten, dass sie mal so mega... Doch, die haben das alles geplant. Peter hatte das schon Jahre voraus geplant im Studium. Ach ja, ich kann ja mal die Diamonds, kann ich ja mal die Endertode packen. Alles wäre besser, wenn Liam tot wäre. Ich habe auch einen Anspruch auf die Diamonds. Wieso? Weil ich später angefangen habe, der Challenge. Den Scheiß hast du, Alter. Bist du manchmal auf dem Tod, ey. Sich nur nicht mal auf dem Schmerz losen. Ey, Alter. Halt mal lieber deine Fresse, ey. Sonst möchte ich dir da hin. Dreckiger Untermensch. Wahrscheinlich bist du der Einzige von uns dreien, der so richtig hart beim Rautunfall so hartster Matsch wird, ey. Und dann so beinlos und armlos auf dem Boden so rumropft. Hilfe, Hilfe. Und alle nur so, Alter, geh weg, du Kruppe. Oh, nein. Ja, die Challenge darfst du nochmal machen, ne? Ja, genau. Ja, du machst die... Alessandro, Alessandro, bitte. Liam hat gerade im Game-Mode die Challenge natürlich schon lange beendet. Einfach hier die Tür weggemacht. Also bitte, was soll das jetzt? Ich habe die Tür nicht weggemacht, ich habe sie nur geschlossen. Ja, also, Challenge nochmal, würde ich sagen. Du könntest doch mal einen Sacklösch schneiden, Alter. Ich sage Challenge nochmal. Ich habe nicht gesehen, aber ich bin auch dafür. Ja, dann machst du sie nochmal. Alessandro hat es nicht gesehen, Wort gegen Wort. Nee. Außerdem, mir sagt die Regeln. Ja, wir haben Pech. Das ist nicht die Regeln. Ja, ich mache die Regeln. Mein Server, meine Regeln. Du hast den Challenge nochmal. So ein Nazi, du bist wie Hitler, Alter. Ja, genau das würde Hitler sein. Was soll das sein Armeid? Weißt du nicht, wort man Jesus? Jesus ist du, sondern wort man Hitler, du, Alter. Nämlich genau das. Das ist mir egal. Ich mache die Regeln. Ja, ist immer so. Ja, jetzt macht du eines aber auch. Ja, doch, das schaffst du nicht. Da war ich schon mal gerade ein bisschen fickrig. Der ist hier nochmal ein bisschen... Oh, okay. Das wäre der Geflüge. Ja, aber du brauchst nicht diskutieren. Du machst die Challenge nochmal, oder du fliegst vom Server, Mann. Ja. Kannst du meine Sakkara lutschen? Liam, Challenge nochmal. Alessandro hat es auch gesagt. Ja, Challenge. Challenge nochmal. Ganz klar. Du machst die jetzt nochmal. Liam, ich nehme dir gleich den Game Mode. Ich gebe dir dann einfach auf. Ja, okay. Dann gib bitte die Diamanten wieder der Truhe her. Alter. Ja, das muss ja schon... Also, bitte. Das haben wir noch nie gemacht, dass man, wenn man die Challenge beendet hat, dass man da noch eingreifen kann. Noch nie. Ja, so eingreifen von wegen. Ja, mal runterschütteln. Dann ist man einfach nochmal hingeflogen. Nee, du hast die Tür ganz klar verändert. Du hast das Spielgeschehen immens verändert. Ich hätte herunterfallen können. Bin es aber nicht. Hast du Glück gehabt. Aber du hast auch recht. Allein das vorsätzliche Handeln macht das zu einer Kraft-Kart. Richtig. Nein, da, da, da. Da, 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 da. Jetzt musst du den Scheiß wieder ausdenken. Liam, diskutiere nicht. Du machst die Challenge jetzt nochmal. Nein, und ich kann auch beweisen, wieso es ist. Und zwar habe ich nämlich bei Alessandro, und zwar genau an dieser Stelle hier, wo ich jetzt hinfliege, diese Pfeiltür hier, als er hier drauf stand, geschlossen oder geöffnet, ich weiß es nicht mehr. Und er ist runtergefallen. Und was hast du gemacht, Alessandro? Nachdem ich das gemacht habe? Habe ich die Challenge... Ja, ja, was? Ich habe mit der Challenge fortgefahren. Richtig. Er ist da wieder hingegangen und hat die Challenge weitergemacht. Also wieso hat Alessandro nicht gesagt, dass ich die Challenge neu machen muss, wenn er doch weiß, dass die Regelung so ist. Natürlich bei Alessandro auch weiß, dass es diese Regelung nicht gibt. Weil er dem jetzt nur zustimmt, weil er will, dass ich die Challenge nochmal machen. Und weil ich euch kleinen Faschisten nun mal nicht gerecht gebe. Das schuldet es uns an. Ja, dass ihr kleine Faschisten seid. Wayne sowieso, ey, der ist sowieso so Kommunist, ey. Ja, ist nicht Faschistisch, ne? Kommunist ist nicht Faschistisch. Faschistisch-Kommunist. Wayne, ey, wir hatten wir eben nicht. Junge, ich gebe sie gleich auf. Lass, lass es. Lian, du bist schon wieder durchs Bild gesprungen. Was soll das? Lieg da doch einfach hin, Alter. Das stört doch hier keine Sau. Doch, die Zuschauer. Denn... Was? Ich gebe diese Challenge offiziell auf. Ja? Ja. Ja, wir wollen ja jetzt auch Schluss machen. Ja, wenn du unbedingt auf diese schwulen Diamanten bestehst, um ein kleines, winziges Huren-Ego zu pushen. Hier, wo bist du? Hey, lass mich doch mal. Ach, da bist du. Der macht das jetzt. Ja, jetzt hat er sogar die Diamanten richtig verdient. Ich packe sie in die Truhe, genau wie ich. Jawohl! Ich hab's gemacht. Da hast du sie in der Truhe. Ah, zwei Stück. Das waren eh mehr drin. Das ist mir egal. Nein, das waren echt zwei. Das hab ich auch Band. Echt krass. Ja, okay, gut. Dann würde ich mal sagen, beenden wir diese Aufnahme-Session. Und für euch geht's... Für euch geht's jetzt direkt weiter. Auf jeden Fall. Okay. Puh! 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 Puh!